Ihr habt es so gewollt. Das ist dann ein Glücksspiel, statt sich auf irgendeine Taktik einzulassen. Ah, komm. Zeig was in deinen Karten. Das ist doch, glaube ich, ein Schurke, ne? Jo, da ist ein Schurke. Gar nicht nachgeguckt. Aber wer ist das? Na, egal. Was macht der hier? Verstorbenheit, Todesreich und ruft ein Jade. Schon wieder so ein Jade-Golem. Was haben die mit den Jade-Golems? Na komm. Klick, klick da drauf. Klick doch. Ach Gott, du kannst doch nichts mehr machen. Ich kann das noch nicht mehr machen. Ich kann das noch nicht mehr machen. Ich kann das noch nicht mehr machen. Also. Ein Kritiker? Das Angeln ist mein Leben. Hä深. Nej cursor kann es. Nichts war Morten. Oh, mein großer Künstler scheint mit dir gar nicht. Mögen meine Vorfahren über mich waren. Die Story wird ein Knüller. Ey, jedes Mal wann? 1 plus 1? Oh. Ja, aber so schlecht bin ich ja nicht. Ich weiß ja, was ich dagegen tun kann. Das ist jetzt nichts, was man da nicht lösen könnte. Schade. Um meinen Taurenkrieger. Harmonie in allen Dingen. 3, 5, 3er. Übel, übel, übel. Und wenn sie nicht gestorben sind. Ein 4, 4er fehlt mir. Ach, das ist auch okay. Och, das ist sogar noch besser. Dann spielen wir natürlich was anderes. Ich hab ja nur Tanks. Ich könnte ihn spielen. Ich könnte aber auch ihn spielen. Oder Diss spielen. Hm. Was soll ich nur tun? Zwei Runden warten könnte ich. Zwei Runden. Ooh. Föhnt. Tein Alle Runden. Drlica. Prozent. Oh my God. Begr Insurance. Der muss definitiv bis Stufe sieben warten. Ich würde ihn mit ihm hier zerstören, obwohl ich könnte auch einfach ein bisschen taktieren das Ganze, indem ich die Zweier nochmal raushaue, plus dann würde ich extra 5 Damage bekommen. Ich glaube, ich versuche das einfach mal. Das ist eigentlich egal. Den 7er habe ich nicht. Ich muss auf jeden Fall was zerstören. Ich glaube, der macht mehr Sinn. Los! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ha, er hat überlebt, aber hat nichts gebracht. Schade, mein Plan geht nicht auf. Mein Plan geht überhaupt nicht auf. Das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. Alles einsteigen. Schade. Schade, schade, schade. Mein Plan geht nicht auf. Fehler gemacht. Hätte ich nicht machen sollen. Oh, jetzt soll's. Machen wir einen Flamestrike. Was anderes kann ich noch machen. Okay, Gefahr erst mal gebannt. Als nächstes. Ja, das war so klar. Wie kann ich das aushebeln? Habe ich einen Schieb da? Habe ich. Hm, Doppeltank. Und als nächstes Ysera. Schade. Hätte ich dann doch töten müssen. Ich habe gar nicht gesehen, dass der auch einen Effekt hat. Auch keine schlechte Karte. Sollte ich vielleicht auch mal reinnehmen. Oh, machen wir mal. Ich habe nicht genug Mana. Ich bin ein Meister der Magie. Ja, jetzt sind Ysera. Aber es geht gar nicht anders. Oder ich kriege auch Medivh. Wäre auch nicht schlecht. Klickt doch mal auf Weiter, Mensch. Du hast keine... Das ist doch unglaublich. Die meisten Spieler wissen nicht, wie man auf Weiter klickt. Das ist... Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Ich könnte mir jetzt noch zwei Kreaturen holen, indem ich einmal den Tank spiele sowie mein Magiebuch, noch nicht ganz sicher. Hm, den wird ja eh zerstören. Wer möchte nun meine Klingen schmecken? Ich könnte natürlich auch einen Full Trade machen mit Baron Geddon, es sei denn sowas passiert. Ich glaube ich werde den mit zwei angreifen, den zwei, sieben, zehn, ja doch ich mach einen Full Trade. Ich muss auf jeden Fall, das ist mir zu viel gerade. Gucken wir was dabei rauskommt. Ich werde jetzt jeden auf zwei Leben runterhauen. Illidan wird natürlich überleben. Ah, der haut sich schon selber runter. Das kannst du durchaus tun mein Freund. Gut. Zwei, zwei, auf jeden Fall werden alle jetzt weg sein. Einmal. Einmal. Zweimal. Einmal. Zweimal. 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 Sechs, Sechser Golem. Wieso werden die immer stärker? Da. Okay. Dann machen wir einmal Harrison Jones. Das gehört in ein Museum. Das gehört in ein Museum. Oh, ich habe viel zu viele Karten ehrlich gesagt. Ich muss mal so langsam die Lois ausspielen. Das ist dann weh. Ich denke mal, die ganzen Tanks müssen raus. Oh, wenn ich Pech habe. Ich glaube, ich habe eine volle Hand. Ich kriege jetzt nichts mehr. Komm, mach. Ich muss einfach mal alles raushauen, was ich habe. Das geht nicht. Erstmal die ganzen Lo-Karten weg. Naja, das tat weh. Ähm. Mögen meine Vorfahren. Na gut. Toll, jetzt habe ich auch gar nichts mehr, was ich noch spielen kann. Doch das hier. Na komm. Ich glaube, sie zu spüren. wäre jetzt eine Katastrophe. Wäre meine Hand komplett voll. Hm. Was soll ich bloß tun? Oh, der hat schon aufgegeben. Oh, der hat schon aufgegeben. Oh, der hat schon aufgegeben. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Nein, hat er nicht. Ah. Verlüxt ja. Ja. Ähm. Ah, die hätte ich auch spielen können. Ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt Damage. Naja, die Karte könnte ja nochmal wichtig sein. Ähm. Tue dem Feind. Er wird ihn eh zerstören, gehe ich von aus. Tue dem Feind. Tue dem Feind. Gut, wie lösen wir das Problem? Attentat habe ich noch. Der wird die beiden umbringen. Auf jeden Fall eine gute Sache. Hm. Der wird die beiden umbringen. Wenn ich ihn auf 6 Punkte Damage runterkriege, kann ich ihn mit Feuerball erledigen. Na komm. 15 Sekunden für den Zug, ist nicht wirklich viel, du... Keine Karten mehr. Weit davon. Es ist an der Zeit. Na... Das gibt's doch nicht! Das ist unglaublich, ey! Was für ein Spiel! Also auf jeden Fall mit D.V. kann ich nächste Runde spielen. Ich habe keine Karten mehr. 4, 5, 6 Punkte Damage kriegt er noch. Es ist an der Zeit! Jetzt brauche ich nur noch irgendeine Zauberkarte oder irgendwas, ich kriege jetzt Damage. Einen Tank spiele ich noch aus und dann muss es klappen, sonst ist es vorbei. Knappes Match. Du hast nur eine Karte, du kannst doch nicht ewig überlegen, spiel sie doch! Was soll ich bloß tun, als einsteigen? Ja, er versucht's, er versucht's! Feuerball, irgendwas brauche ich, come on! Ah, ich habe gar nicht schnell, ich kriege mir gerade einen. Ist schlecht. Hallo, hallo! Ich gewinne immer! Ich bin bereit! Ha, nächste Runde könnte ich schon gewonnen haben. Tja, da ist der Win! Ich gewinne immer! Ein knappes Match für Level 20! Biss Kind! Bissens 1 e Back 5 3 5 Sie 6